Robin ist jetzt dran, Folge 329. Ich bin noch nicht so weit, ich muss ja alle Getränke machen. Bewegt mal deinen Mund, geh du mal raus aus dem Bild. Hallo, ich bin Anna und ich hab die geilen Dance-Moves drauf und ich füll jetzt hier irgendwas nach. Und jetzt spielen wir die neue Folge von Sachen Erraten. Jetzt raus. Ja, ich mach dir die auf, setz dich hin. Mach sie auf, Anna. Jetzt setz dich hin. Robin fängt jetzt an zu malen. Mach das erst mal auf, Manni. Ja, guck schon mal drauf, ich mach's den Ball auf. Achtung, los geht's. Alter. Lass mich, ich bin cool. Robin, da passiert gar nichts. Ja, es... Drück mal auf Kreis, damit da links und rechts der Scheiß andenken. Viereck! Ein Viereck, ein Viereck. Würfel. Manni, 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 komm, Alter. Mein Penis in Pixelgrafik. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache. Ah, das... Arnold Hitler! Nein. Es fängt alles aus. Ähm, hier... Ah, fuck, ey. Sawtyp! Saw! Sawtyp! Sawtyp! Nein, 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 nein. Wer hat so krasse Hasenzähne? Nein, das ist dieser von Anonymous! Ja, Forks, Guy Forks. Alter, fuck. Das ist der Typ von Anonymous! Fuck, fuck, das ist ja ganz anders! Scheiße! Alien! Bist du Eierkopf? Der verrückte Professor Doktor Eierkopf! Das ist der von dieser... Pilzkopf, ey. Alter, was ist das denn? Ähm... Jesse Pinkman! Anna! Das klingt jetzt auf sein Ernst! Äh, irgendein Mexikaner! Ein scheiß Cowboy, Mann! Mexikaner! Jetzt bin ich froh, dass... Jetzt ist auch... Ein Cowboy mit einem Ufo auf dem Kopf! Das ist auf jeden Fall... Mexikaner mit Cartoon! Kann das sein? Hä? Fickst du Weewee? Mann! Ich hab's voll verkackt! CJ! CJ! Nein! Nein! Ich hab's voll verkackt, ey! Nein! Sag nicht ja! Mit Z! Mit Z! Zorro! Zorro! Nein! Ich hab noch einen Plan, wie ihr es sofort erratet! So! Das ist Zorro! Ja, vor allem dieser hässliche Bereich hier! Bane! 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 Ne, äh... So, jetzt... Jetzt kommt's drauf an, wer der Schnellste ist! Oh Mann! Rubben! Shit, 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 shit! Oh, das war wirklich spannend! Michael Schumacher! Hitler! Hä? Hitler hatten wir schon! Äh, äh... Charles Chaplin! Nein, das ist... Das ist Leonardo DiCaprio! Nein! Das ist... Der andere Typ! Der andere Typ! Was? Assassin's Creed hier! Alter! Was? Assassin's Creed hier! Johnny Depp hat dich! Null Edward! Nein! Ja, aber das zählt noch nicht! Das ist doch nicht Edward! Edward Kenway! Was? Fluch der Karibik? Gib mir ein Recht! Ich hab gewonnen! Was ist das? Das ist nicht Fluch der Karibik! Das ist ein Mensch! Ja, das ist was nicht wie die Alte heißt! Und wie heißt denn der scheiß Pirat? So ein scheiß Fluch der Karibik! Und Captain Jack Sparrow! Ja, dann müssen wir... Ich hab's nicht recht! Oh! Mann! Wer hat jetzt gewonnen? Wer ist das denn jetzt? Tia hat jetzt gewonnen! Nee, Tia hat jetzt gewonnen! Ja! Ja, ist egal von dir aus! Tina ist noch neu gewesen! Okay, okay!